so nächste folge 135 koca ballern die zweite schwere kost schwere kosten 17 minuten 42 auch gleich okay egal let's do it habe ich mir dann nicht vorgenommen ich glaube das macht auch keiner dann in diesem moment wenn du fünf tage alles kaputt gestochen hast und dann gerade mal so runter kommt alles tut weh und in dieser phase nimmt man sich natürlich vor das passiert mir nie wieder also erst mal so wenn das weiß dann komplett aus dem kopf raus ist nur noch der schmerz übrig bleibt dann nimmst du dir natürlich erst mal vor das wird mir so nicht mehr passieren aber das ist ja auch wieder völlig quatsch man man sieht ja nicht ohne grunze aus man feiert ja auch irgendwie also diese das ergebnis warum auch immer der gedanke schleicht sich ein so spätestens ab dem tag wo ich keine creme mehr auf meine arme auftragen also unten oder überall so die blauen flecken zu sehen sind aber die wunden alle geschlossen und sieht nicht mehr wo ich gestochen habe sondern einfach nur das blau ist und man stellen mehr menschen weniger so dass wenn es am verheilen ist gut am feilen hätte ja dann ich habe extremst viele kippen gebraucht wie gesagt war auf dem seminar und wollte da nicht jetzt den kiffer bengel raushängen lassen und es gibt feste zeiten und du willst nicht unterwegs bin dann rauche ich nicht dann rauche ich so wie es möglich ist nicht wie der bedarf es erfordert deswegen war das auch recht anstrengendes wochenende für mich allerdings wie gesagt ich habe viel gelernt und ja ich habe ein ganzes päckchen tabak von freitag bis sonntag genau so viel zu viel und ihr wisst ich drehe richtige kippen und ich drehe nicht so eine streichhäuser halt sondern so eine zahnstocher und er macht sich bemerkbar dann denkt man schon wieder doch er kennt man ja ruhig da geht schon da geht schon wieder und so das gar so ganz ekelhaft auch wenn man vorher mit spritzen nächste tun gehabt hat hatte ich ja nicht das war ja dieser erste ausflug erst mal im grunde für mich mit spritzen aber man sieht das direkt wieder in der weg noch vor am basen ich habe gar nicht dann am basen gedacht oder so sondern direkt am ballern ich habe zwar auch mit gebast irgendwie zwischendurch wenn ich mit leuten unterwegs war und so gerade so eine phase wo jure wieder vorrangig war und das koks besser erst mal abstand halten und so aber lange phasen waren das nie der abstand nie so wenige tage immer nur gerade wieder ging sofort wieder und dann schön wieder ich habe dann in den zehn monaten wo das dann so exzessiv gelaufen ist bis zur verhaftung ich einige mal irgendwo gesessen oder gestanden und runtergeguckt und hat nur noch gesifft überall abgeholt habt da geht gar nicht konnte trotzdem nicht aufhören und obwohl man so leidet und so und sich das besser vornimmt alles also das nicht mehr zu machen sobald es richtig verheilt ist dass man aus heilen zu lassen komplett und dann das nicht mehr zu machen das funktioniert wie leise ich das das funktioniert irgendwie nicht das funktioniert auch nicht und der coole du kennst mich nicht merkst du schon auswirkungen deiner heroinkarriere ich bin schon fast drüber hinweg trotzdem behalte ich die suchtdiagnose für immer und ja derzeit mache seit jahren jetzt sport wieder und versuche wieder richtig in bewegung zu kommen habe meine muskulatur vollgefickt die bänder vollgefickt im grunde auch mein körper komplett und habe jetzt jahrelang gekämpft irgendwie um wieder richtig in bewegung zu kommen mein körper auch richtig wahrzunehmen nicht nur als schmerzpunkt irgendwie von oben bis unten sondern mich auch mal gut körperlich zu fühlen und so das war jetzt jahrelanger kampf die es wird immer mehr immer mehr irgendwann hatte ich gar keine tage mehr dazwischen nur noch durchgeballert hat immer auch nur so kurzfristig gepennt irgendwie dann so stunde oder zwei und fühlt sich danach als wenn man den ganzen tag geschlafen hätte und geht es munter weiter ne so lange es geht solange stoff da ist ich drück ab macht die augen zu leg mich in was den zug fahren 20 30 50 sekunden vielleicht zwei minuten wenn ich lange liegen weil wenn er heftig war und ich immer noch mit dem fliper ventilieren wenn ich dann hochkomme dann ist es schon der nächste nächste eigentlich ist habe ich das auch so fabriziert dass sich große mischungen gemacht da und 10 15 20 punkte aufgezogen habe wie in der etappe immer immer mehr unter die pumpen nach hinten größer werden und immer mehr als wenn man eine steigerung drin habe nur hochgekommen zeigt die nächste noch so weit im kopf schon wieder abgebunden und die nächsten wieder ab ja habe ich bin ja darauf eingegangen so mir geht es also so ich habe mich zurückgekämpft ins leben die letzten zehn jahre cannabis clean oder knapp zehn jahren cannabis clean irgendwie war trotzdem harter kampf auch wieder ja die nachwehen vom heroin und kokain konsum ja wieder glatt zu bügeln gerade zu machen soweit es eben möglich ist und das ist nicht komplett möglich so ich habe auf jeden fall etwas verloren auch wenn ihr glaubt irgendwie wenn ihr mein parcours video sonstiges gesehen habe alter der ist fast 50 oder 30 jahre auf der straße rumgehangen aber geht so ab das bin ich und das ist immer noch nicht 100 prozent ganz weit weg noch von 100 prozent ich bin vielleicht auf 65 prozent körperlich wenn überhaupt wenn überhaupt trotzdem fühle ich mich schon ziemlich fit wieder was hat der konsum mit der blase zu tun das verstehe ich jetzt nicht wusstest du dass paracetamol codein tabletten gibt paracetamol hat sich erst mal so ungefähr ich hatte beim arzt gesagt ich will keine opioide dann habe ich diese tabletten bekommen mich in zwei wochen unglaublich hoch dosiert bekomme ich noch von der was da hast du nicht weiter geschrieben sony ja aber ist so paracetamol mit codein ist standard auch also es gibt es schon länger habe ich auch schon gesehen ist eine frechheit im grunde wenn du deinem arzt vorher gesagt hast dass du nichts mit opiate haben willst oder opioide haben willst und der dir das dann verschreibt ist ein grund die mir in die schnauze zu trauen um es mal auf den punkt zu bringen wenn die durch sind dann bin ich auch erst mal durch dann dauert so zwei drei stunden bis ich dann geschissen kriege eine neue mischung zu machen dann geht das spiel von vorne los also so 30 fertig ach so du meinst wirklich blasenprobleme tatsächlich muss ich zugeben ich hatte jetzt eine phase also in der ich war schon vier jahre klein und als ich auf tour war da also die die ersten drei jahre tour da hat mir dieses ding dann hießen die die auf also wenn wir unterwegs waren von stadt zu stadt und auf der autobahn mit dem mit dem wm und so und ich irgendwie gefühlt alle zwei stunden spätestens pissen musste dann hießen diese diese stops nicht pit stop wie bei der formel 1 sondern piss stop und tatsächlich war das oft so dass ich der einzige war der eben ausgestiegen ist und gepinkelt hat und die anderen halt nicht so die anderen drei vier jungs im auto und da ist ja wurde sich ein bisschen lustig drüber gemacht ich glaube aber das hat sich wieder halbwegs reguliert durch gesunden regelmäßigen schlaf gesundes essen noch mehr positiv in meinem leben ich glaube so dass ich da hier und da etwas verändert habe hat auch den hahnbrang wieder in griff gekriegt wenn man das so sagen die fertig gemachte 40 50 fertig gemachte pumpen mit denen ich dann 250 mal zugestochen habe oder so an einem tag ist schon drin und dann kannst du dir vorstellen wie deine arme aussehen fallen nach dem ersten bist du nur noch so und also ich auf jeden fall genau so geht das dann so hängst du da bist du gerade drin und dann kommst du gegen da schon wieder raus und dann immer wieder immer wieder bis es nicht mehr geht oder bis die stelle schon wieder so wehtut weil du nur im fleisch rumprokelst und die wehne nicht fest und so und ich mir tränen dann die augen ich werde dann ja auch völlig also die sinne sind völlig eingeschränkt du kannst du natürlich kriegst und wie ein hitzeblick als wenn die straße flimmert vor hitze und so und dann ja so und so das funktioniert nicht mehr so und also das funktioniert aber da sind viele fehlversuche vorher gelaufen bis es funktioniert bis wenigstens die hälfte drin ist und dann wieder rausgerutscht und dann gerinnt das alles sondern so eine blutpampe drin und auch ja und den wahren fängt man dann wie gesagt auf die pumpen wieder auf zu machen alles auf alles nur auch mit blut alles auf eine kelle und dann erst mal mit irgendwas mit dem zahnstauer oder so wird das geronnen blut raus ab im müll oder auf taschentücher so und dann wird es noch mal lang gemacht noch ein bisschen gutes weißes obendrauf neu angerührt und wieder durchfilter gezogen wie viele stunden ich damit verbracht habe richtig ekelhaft schon wieder dann so fünf sechs sieben acht pumpen irgendwie die sind noch alle halb dreiviertel voll du hast blut angezogen bis aus der venen herausgerutscht und dann verstopft der blutklumpen die weh die nadel und du kommst und irgendwann hast du dann voll viele pumpen davon auf dem tisch liegen und dann machst du auf eine kelle das ganze blut und der ganze koks alles zusammen da drauf und blut gerinnt ja und dann ziehst du irgendwie mit dem wattestäbchen mit den kolben von der pumpe das ganze geronnene blut raus bist du hoffentlich nur noch das flüssige hast massen bisschen dicker bisschen mit wasser noch mal lang neues koks drauf was neue mischung und dann passt jetzt die gleiche scheiße noch mal mit der neuen alten neuen mischung mit den neuen pumpen und wieder erste rutscht um wieder raus und alles wieder voll mit blut das ist einfach so ekelhaft wie man mit sich selbst umgehen kann richtig richtig widerlich richtig widerlich das bild ist gerade geil oder guck dir mal die fresse einfach warum kein zugang gelegt doch ich habe zugänge gelegt ich habe da fleiß gelegt aber das machst du halt nicht über monate das machst du auch nicht vor allem du bist das ist noch ein phänomen was ganz extrem am kokain ballern hängt schussgeil du bist baller geil du kannst nicht aufhören blut anzuziehen abzudrücken blut anzuziehen abzudrücken und noch mal und noch mal und noch mal und noch mal das guckst du schon eine halbe stunde durch alter und du hörst immer noch nicht auf mit der nadel deine vene zu maltrittieren ist so einer das fickt dich richtig koks ballern der absolute teufel geht das spiel von vorne los was halt keine klare lösung mehr hast du rosa lösung weil es noch restblut drin auch mehr also ganz ekelhafte sachen funktioniert meistens nicht weil wenn gut drin ist es gerinnt immer wieder und meister ich habe grämmerweise da verschwendet indem ich dann noch wollte ich wieder lang machen und 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 immer nur noch pampe gehabt habe also geistig wirklich geistig behindert bist du dann also ich auf jeden fall ist geht gar nichts und ich kaff es überhaupt nicht mehr nur machen nur ballern 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 also ganz schrecklich ganz ganz schrecklich es dreht sich dreht sich dreht sich und alles dreht sich dann nur noch um koks man vernachlässigt und auch alles andere ist auch mit freundschaften und das wird leute kann ich auch also pierre du machst mir gerade echt sorgen musst du was zur hölle will uns der interpret damit sagen ist ein opiat extrem schlimm habe mies angst davor solltest du auch haben pierre und wie macht man das am besten am besten gar nicht verstehe es einfach ich glaube wir müssen ganz dringend morgen telefonieren alter und bitte bis dahin bleibt bleibt mal einfach zu hause und macht gar nichts verstehen die leute drehen sich halt weg selbst leute die selber konsumieren die auch selber ballern wie der pole der benjamin die sind immer nur noch kopf schüttelt von mir das was machst du was geht bei dir hat auch gerne geballert aber dann danke für die aufklärung pierre wenn du einen opiat entzug meint ein entzug meint dann schreibt das auch bitte dazu und fragt mich nicht wie man das mit den opiaten am besten macht dass das versteht keine sau die richtige kommunikation ist alles meine freunde schreibt mir keine halben sätze und erwartet dann richtige antwort von mir ich müsst genau schreiben was ihr wollt und wenn ihr genau wissen wollt ob opiate schlimm sind und wie man das am besten macht dann schreibt es so aber wenn ihr wissen wollt wie schlimm ein opiate entzug ist und wie man den am besten angeht dann schreibt es bitte so damit ich das auch verstehe weil sonst macht die kommunikation keinen sinn leute aber nichts für ungut nichts für ungut wir kriegen das hin wir kriegen das hin und wenn wir morgen telefonieren wenn ich nicht was nicht verstehe werde ich sofort nachfragen aber man pierre du warst mir sorgen aber ich freue mich nicht auf unser telefonat meint den entzug habe ich das wort vergessen sorry pierre entschuldigung dass ich mit dir geschifft habe aber das hat mich gerade ein bisschen aus der fassung gebracht alter aber ja klären wir morgen wir können morgen gerne ausführlich sprechen wenn du ne e mail geschrieben hast mit deiner telefonnummer und deinem namen hier auch deinem insta namen dazu am besten damit ich weiß okay pierre 68 2001 ist auch vermutlich pierre blablabla in der E-Mail. Dann bist du morgen auf jeden Fall mein Gesprächspartner. Ich freue mich auf dich. Ziemlich zügig den Hals voll gehabt. So, nee, mehr geht nicht. Mehr will ich nicht. Und dann dieses sinnlos in sich rumgestocher und schussgeil nennt man das. Und immer wieder zieht man an und dies und dann daneben. Voll ekelhaft. Selbst Leute, die das selber gemacht haben. Von das E-Kraft. Oder Abstoßen. Oder halt auch noch sehr extrem. Obwohl die selber nicht besser waren, aber das wesentlich besser unter Kontrolle hatten. Also das hat bei mir auch tatsächlich nur Koks geschafft. Also mich so wahnsinnig wehren zu lassen. Dass alles andere wirklich kackega war. Selbst Heroin war massentauglicher für mich. Also wenn ich das genommen habe, das sah zwar auch aus wie ein Honk irgendwie, ne. Wenn ich richtig durchgefeilt war. Mein Kopf hat wenigstens noch einigermaßen funktioniert, ne. Das geht bei dem Stoff nicht. Natürlich habe ich mich vor mir selber gehekelt. So gerade in dieser Anfangsphase, nach diesem ersten Mal, Baller, diese paar Tage. Mann, ich habe die Arme nicht in den Pulli gekriegt. Das hat alles so wehgetan. Aua, Aua, Aua. Voll der Lappen. Ich meine, das sieht schon aus, als wenn es weh tut. Das kann man sehen, dass das weh tut. Wie vielleicht der nächste Druck der letzte sein kann. Nicht einmal das hat es geschafft, mich davon abzuhalten. Kannst du das so ungefähr nachvollziehen, was das mit mir gemacht haben muss. Es gab überhaupt gar keine Grenze mehr bei dem Konsum. Also ich sehe hier gerade, hier schreibt Jules, ein Lakisha. Ich würde so was allein schon nicht machen, wegen Angst vor Spritzen. Das fängt schon beim Heparin-Spritzen an, die sie einfach nur ins Fettgewebe kommen. Jules und Lakisha und an alle anderen. Ich habe so eine Paranoia vor Spritzen gehabt, dass ich in Hameln, also lange bevor ich Koks geballert habe, in Hameln beim Blutabnehmen bewusstlos von der Liege gefallen bin. Weil ich so eine Paranoia vor der Nadel habe. Trotzdem habe ich geballert. Und zwar ganz extrem, ohne Rücksicht auf irgendwas. Und ich habe heute auch noch, meine Venen verstecken sich. Guck mal, man sieht immer trotzdem, ich habe noch, ich habe noch Venen. So und trotzdem, sobald ich irgendwo beim Arzt bin und es muss Blut abgenommen werden oder sonstiges, habe ich in den Armbeugen gar keine Venen mehr. Hier oben gar keine Venen mehr. Alles versteckt sich. Die müssen an der Hand abnehmen. Und da kriege ich so eine Anfälle drauf. Das tut so un... Also ich werde richtig blass. Ich kriege blaue Lippen. Ich fange an zu zittern. Alles. Also es wehrt sich alles in mir dagegen. Ich lasse es dann machen, weil ich weiß, es muss dann gerade gemacht werden. So ein Blutbild. Wir brauchen ein Blutbild oder eine Blutprobe. Einfach nur für was auch immer. Ja, ich habe auch gedacht, mir passiert das niemals. Dafür habe ich viel zu viel Angst, viel zu großen Respekt und Ekel vor Spritzen. Das geht dann einfach weg. Der Rausch da ist, der richtige Rausch da ist, der dich zwingt, dann auch noch mehr. Und dann die Situation auch gerade passt und dann wird es passieren. Es ist einfach so. Selbst mein Tod ist okay. Wenn es dann so sein muss. Also ich habe das nie als okay für okay akzeptiert, aber ich konnte es trotzdem nicht unterbinden. Ich habe ihn trotzdem, ja im Grunde trotzdem einfach akzeptiert, dass das so passieren kann und vermutlich auch wird. Wenn nicht irgendwas passiert und zwar von außerhalb. Was konnte ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass die Polizisten mich retten. Von mir selber. Und dass der Staat da mir hilft, wieder auf die Beine zu kommen. Das haben die auch nicht mit Vorsatz gemacht. Das ist einfach passiert. Katalonien, was hast du im Monat für Koks ausgegeben? Also ich habe zehn Monate geballert, sechs Monate an der Pfeife gehangen, also 14 Monate Koks. In der Zeit habe ich gut und gerne 14, 15, 16 Mal Galerie auch hatten die Jubiläu-Abteilung gemacht und bestimmt 150 andere Brüche. Almond 011 und alles ist in Koks gegangen. Mach mal eine Hochrechnung. Ich denke, wir sind allein in dieser Phase bei weit über eine Million. Den einen Morgen dann, als ich noch Fächer gekommen bin. Genau wie mit der Schule. Ich habe probiert und bin dabei geblieben. Genau das ist mir auch da gewesen. Nur halt noch mal auf einem ganz anderen Level irgendwie. Dass ich süchtig bin, wusste ich schon lange. Hatte ich auch akzeptiert. Also ich kann es nicht sagen. So. Ihr seht es ja in eurem, in eurem Verbrauch. Den ihr euch direkt klassifiziert. Mit Sicherheit mindestens ein Mittelklasse-Auto. Für mein Paar 200.000. Ja. Save 40.000. Save 2.000 für 27 Jahren circa 2.500 Euro. Fussel Franz. Ich würde jetzt sagen, das ist niedlich für Konsum. In 27 Jahren circa 2.500 Euro. Alter, wie billig kann man konsumieren? Was nimmst du denn? 10.000 bis 15.000. Nur ein weh, obwohl ich halt lange Zeit dann selber verkauft habe. Aber zu dieser Zeit. Hey, du hast es nur weniger verdient. Also du hast nur weniger verdient. Aber letztendlich hast du es trotzdem ausgegeben. Also muss man ja auch so sagen. Ich habe auch gesagt in der Phase, wo ich so viel Geld mit Drogen verdient habe. Ey, wieso? Ich konsumiere doch gar nicht. Ich verdiene nur ein bisschen weniger. Aber das ist halt auch nur eine Ausrede. Musstest du mal aufgrund deines Konsums und den Nachwehen Thrombosestrümfe tragen? Ne. Unsere bekannten Ende 30 müssen das schon regelmäßig, weil sie Probleme mit den Wehen haben. Ne, ich habe auch Gott sei Dank nie eine Beine geballert. Aber ich war immer halbwegs wenigstens anscheinend in Bewegung. Trotzdem zu wenig Bewegung haben mir meine Muskeln und meine Bänder auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren extrem mitgeteilt. Ja, also wenn ihr euren eigenen Konsum mal datiert auf einen Geldbetrag, dann werdet ihr sehen, dass das von mir keine Meisterleistung war. Sondern ich war vielleicht einfach nur ein bisschen schneller und exzessiver als ihr. Aber das zeichnet mich natürlich nicht als Hero aus, sondern eher als jemand, den noch trauriger, noch einsamer war, vielleicht als ihr es seid. Und ich finde es ja gut, dass ich euch heute zeigen kann, dass es einen Weg daraus gibt. Der nicht einfach ist, aber es gibt einen Weg daraus auf jeden Fall. Und ja, wir hatten das bei Schursteinpapier, der immer gute Paul Lücke und ich, haben des Spaßes halber schon nach den ersten zwei Staffeln einmal durchgerechnet, weil das ist so die Vor-Hameln-Zeit und Hameln-Zeit und so. Und da sind wir schon auf eine gute Million gekommen. Und ja, im Grunde mit jeder Haft ist die nächste Million durchgegangen. Also wir haben uns ausgerechnet, also über den Daumen gepeilt, war ich viermal schon Millionär. Also viermal habe ich eine Million für Drogen verbraten. Natürlich nicht auf mal und nicht am Stück. Es gab auch viele Tage, wo ich gar nichts hatte, aber dann halt auch extrem viele Tage, wo ich die Taschen voll hatte und richtig auf die Köcke gehauen und was kostet die Welt, drauf geschissen. Und ich schwöre euch Leute, jetzt im kleinen Kopf werde ich nochmal Millionär. Ich habe das irgendwann mal in einem Track auch vor 15 Jahren angesagt. Ich war schon einmal, zweimal, dreimal Millionär und werde es ganz sicher noch einmal. Und da hatte ich noch nicht hochgerechnet. Da habe ich mir nur ungefähr, okay, musst du hinkommen. So ein, zwei, dreimal Millionär warst du schon. So. Ja. Und ich werde es nochmal. Ich schwöre ich dir. Und wenn nicht, ist auch egal. Ich fühle mich wohl auch mit, wenn ich wenig habe. Ich bin sehr dankbar und demütig geworden und weiß das bisschen, was ich da habe, zu schätzen. Auch wenn es für die heutige Gesellschaft, wenn ich meinen Kontostand angucke, bei Reiten nicht genug ist und dass es einem gut geht. Aber ist es okay. Alles okay. Ich habe eine ganze Menge Frust. Ich komme aus dem Klassen. Nichts hat sich geändert. Alles immer noch die gleiche Scheiße wie vorher, obwohl ich es mir auch selbst ausgesucht habe. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich noch asozialer werden kann. Aber es ging nochmal. Hey Wild OP, mit zweimal die Woche ist viel. Ja, es war Urlaub und danach habe ich mich ein bisschen schwer getan. Dafür habe ich viele andere wichtige Termine erledigt. Ich war dreimal bei Arte, mit Arte zusammen. Ich habe Podcasts gemacht, die jetzt auch alle auf euch zukommen werden. Deswegen ist mir auch etwas ausgefallen. Hey, und das Wetter wird wieder schlechter. Wir hängen viel mehr zu Hause rum. Winter wird geil mit euch. Also, das ganze Paket hat sich nochmal verschlimmert so. Da war der nächste Knast. Haschmeister, das ist geil. Hab eine Konsumkasse bei mir, wo ich Geld reinpacke, statt zu konsumieren. Einmal im Jahr geht es in Urlaub. Wenn du richtiger Törner bist, hast du einen geilen Dumpen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Hey, und ich muss schon wieder pissen. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht habe ich doch erhöhten Harndrang. Aber ich habe gehört jetzt an dem Wochenende, Stress macht erhöhten Harndrang. So, lasst mich eben kurz flitzen, Leute, sonst wird das nichts. Totale Katastrophe hat mich erwischt. Ich habe zwei Bier getrunken vor dem Stream. Sorry, die Jungs in der Küche haben mich genügt. Die müssen jetzt raus. Jetzt Bier Nummer zwei. Ich bin gleich wieder da. So, da ist er wieder. Wir gucken einfach weiter, oder? Ach so, was ich noch sagen wollte. An der Stelle, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, könnt ihr auf jeden Fall Mitglied werden auf YouTube. Wir haben jetzt schon, weiß nicht, hundert 30 SSP-Reactions, tausend andere Reactions drauf. Richtig coole Formate, Schurre für die Ohren. Könnt ihr alles als Mitglieder, raw und uncut, live und ungestreckt, im vollen Ausmaß genießen, wenn ihr Mitglied werdet. An dieser Stelle, für alle, die schon Mitglieder sind, herzlichen Dank und ganz lieben Dank an alle, die es jetzt werden. Ähm, Marius. Hammer Typ, muss ich sagen. Finde ich auch. Marius, du bist der Beste. Hab mir heute meinen PC gereinigt. Bin echt erstaunt, wie ruhig und leise er jetzt wieder läuft. Wurde echt wieder Zeit. Toni, ja, ab und zu mal seine Sachen pflegen. Wichtig. Und noch viel wichtiger, sich selbst zu pflegen. Komm, wir gucken weiter. Ja. Eingeplant, ach, ist egal. Ist egal. Ich muss, ich brauch das Geld jetzt. Ja, und hauptsächlich war ich dann ja auch, also bestimmt zu 80 Prozent war ich dann Solo-Straftäter. Also, ich hab ja schon noch was mit den Jungs gemacht, auch immer wieder, aber ich war halt so abgedreht für die auch. Also, der gibt da und so, der kann sich das gar nicht kennen, sondern Koks, also auf diese Art und Weise, so Koks zu konsumieren. Ihnen kommt die Pfeife in Frage an, das ist schon schön genug, ne? So. Ich mein, der wär auch ein Kandidat, wenn der das probieren würde, würde er sofort drauf hängen bleiben, garantiert. Aber, also, sein Ekel ist größer als die Hürde. Also, der steht sich da selbst erfolgreich im Weg, das auszuprobieren. Dekra und so, brauche ich mit so einem Scheiß gar nicht kommen, ne? Überhaupt Koks. Das ist nicht so sein Ding. Der hat auch Pfeife und Geruch mal so, aber Basin ist nicht sein Ding. Da ist er nie so drauf geflasht wie der Ägypter oder so. Das ist genau das Gleiche. Der hat auch seine Pfeife gezogen, klar, aber die beiden sind da nicht so drauf durchgedreht. Der Gipter war schon so auch der heftigste Baser von denen. Ja, und das, was ich da abgezogen habe, das war für die Jungs eindeutig zu viel, ne? Das konnten sie sich, also das wollten sie sich auch nicht geben, weil die mochten mich ja auch sehr gerne, ne? Und dann, das stelle ich mir auch ganz schrecklich vor, jemanden, den ich gerne habe, dabei zugucken zu müssen. Das sieht nämlich schon aus, als wenn das gar nicht gesund ist, was ich da abgezogen habe. Ich stelle dir dieses Bild halt vor, ne? So ein Tisch und dann voll mit Baller-Utensilien, so und dahinter so ein Wahnsinniger, voll ausgezehrt, voll Blast, so eine Rennhau unter den Augen, überall tropft es raus und hört immer noch nicht auf. Du kannst doch reden, was du willst. Der hört nicht auf. Der Gipter hat auch, ich bin, also, in meinen Erinnerungen sehe ich ihn noch schimpfen, ne? Also, der hat das mehrfach, der hat das voll angekotzt. Alter, guck mal, wenn du abgehst, merkst du es noch? Kannst du das nicht machen? Der hat auch immer gefragt, willst du sterben? Du stirbst doch davon. Natürlich habe ich darauf reagiert. Kannst du dir auch ungefähr vorstellen wie, oder? Mensch, halt das Maul aber keine Scheiße. Was redest du, bist du blöd oder was? Ich will doch nicht sterben, ich will nur ein bisschen Koksballern. Ja, ja, guck dir mal zu. Du müsstest dich selber mal sehen. Ja, ich ignoriere dann Spiegel auch hauptsächlich, ich will mich dann auch selber nicht sehen. Also, ich will das nicht, ich kann mir das auch selber schwer angucken. Und wenn ich dann mal vor dem Spiegel hängen bleibe, wo ich ganz alleine bin, irgendwie, oder so, dann kriege ich auch direkt das Kotzen, ne? Ja, doch, das nimmt mich mit. Ich glaube, das kann man mir auch ansehen. Haschmeißer hat das schon ziemlich gut erkannt. Das nimmt mich mit, ja, weil das bin ich. Ich habe das mir angetan. Und mich das jetzt nochmal erzählen zu hören, ist irgendwie total merkwürdig. Unangenehm. Ja, und es ist auch anstrengend zu wissen, dass man, dass man so war. Also, ich tue mir tatsächlich auch ein bisschen selber leid zu dem nicht, wie sich das vielleicht gerade anhört. Aber das ist eine Zeit, die ich sehr bedauere. So. Ja, alle Sony, die Shirts, die gleichen Shirts, sie alle werden in die Versteigerung gehen. Ich habe heute versucht, den Thor anzurufen auch. Thor ist Turbo. Turbo ist der Junge, den ich hier in meinem Viertel auserkoren habe, ihm zu helfen. Der, der mir am nächsten, emotional am nächsten geht, wenn ich ihn auf der Straße sehe. Und, ja, die Shirts und alles, was in die Verlosung geht, auch andere Promis. Mein Freund Dark, Rako, Boogie und Konsorten werden bestimmt auch mitmachen. Die wissen noch nicht alle davon. Aber auch die werden Fanartikel, signierte, exklusive Sachen mir geben, vermutlich. Also, das ist der Plan. Die dann in die Versteigerung kommen, die dann dem lieben kleinen Turbo zugutekommen. Der ist gerade genau in so einer Phase. Der hat nicht so viel Geld und nicht das Talent, wie ich das habe, so viel Geld zu machen. Deswegen ist es eher im unteren Bereich. Aber er knallt sich auch mindestens fünf bis zehn Mal das Kokainarm. Er kriegt Methadon, er hat trotzdem Heroin bei Konsum, ist obdachlos. Und ist gerade sehr hoffnungslos auch, traurig, allein am Boden, emotional einfach auch am Ende. Er denkt nur über Suizid nach. Und dem sollen die Shirts jetzt zum Ende des Jahres auch alle zugutekommen. Also, wir versuchen ihn jetzt in eine Entgiftung und in die Therapie zu bekommen. Schnellstmöglich. Leider muss ich sagen, er hilft nicht so gut mit, wie man sich das wünschen würde, wie es gut für ihn wäre. Manchmal bestimmt der Skops halt immer noch seinen Tagesablauf und lässt ihn dann Verabredungen nicht einhalten. Also im Grunde die Hilfestellung nicht wahrnehmen. Aber egal, ich gebe nicht auf. Ich werde ihn irgendwann erwischen, genau im richtigen Moment. Und dann nehme ich ihn mit und dann gucken wir, dass es ihm demnächst dann besser geht. Und nach der Entgiftung soll er natürlich dann nahtlos in eine Therapie gehen. Nach der Therapie versuchen wir, ich bin auch schon in Kontakt mit Leuten. Soll es einen Ausbildungsplatz für ihn geben, eine Unterkunft geben. Und diese Unterkunft würde ich ihm halt gerne halbwegs einrichten, seinen Arsch versorgen. Mit dem Geld, was dann aus all den Shirts, Versteigerungen etc. Von all den Promisten um mich herum und von den SSB Sachen, die es wert sind, zu versteigern. Das soll ihm dann ein Neustart ermöglichen. Ja, also war mir klar, dass nicht jede Verabredung mit ihm funktioniert. Er lädt sein Telefon dem Späti auf und weiß nicht, hier unten schläft jeder Nacht woanders. Und die zu erwischen und zu kommunizieren, was für uns ganz normal ist. Jeder hat ein Telefon und einen Rechner und ein Zuhause. Und dann ruft man sich halt an oder sonst was. Geht bei ihm halt nicht. Das ist die gleiche Situation wie bei mir früher. Nur gut, wir hatten früher, ja doch, zu Coca-Zeiten gab es auch schon Handys. Und ich war mit Pieper und alles unterwegs. Man hätte mich erreichen können. Ist bei ihm halt, trotz der heutigen Kommunikationswege, die da sind, nicht möglich. Weil es an den einfachsten Sachen wie eben Steckdose etc. liegt so. Ja, das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Er ist ein super lieber Kerl. Sehr höflich. Hat gar keine Erwartungshaltung. Auch wenn er zwischendurch am Betteln ist. Ich gebe ihm auch immer, hab ihm auch immer wieder am Anfang was gegeben. Wir haben ihn im Sommer kennengelernt. Und er ist mir und meiner Frau direkt irgendwie empathisch reingegangen. Kann man das so sagen? Ich habe mich gesehen. Und meiner Frau war er halt auch sehr sympathisch. Und ich könnte jetzt mal heulen, wenn ich den sehe. Das tut mir so leid, ne? Corona, Cannabis Coach. Cannabis Coach Euro. Soll ich mein verschwitztes Superman-Schürze übersteigen? Wenn du Leute hast, die richtig Bock auf deinen Achselschweiß haben, dann ja gerne. Und je mehr es bringt, umso besser. Ja, das muss schon von ihm alleine kommen. Aber er muss ja auch erstmal eine Perspektive haben. Und jetzt in seinem Zustand, dass er sich selbst eine Perspektive schafft, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Habt ihr ihn mitgekriegt? Ich hätte mich weg, ich hätte mich tot geballert. Obwohl ich es wusste, hätte ich es trotzdem gemacht. In dieser Phase ist er auch. Er will, er will das alles nicht mehr. Er will nicht dieser Sucht nachkommen, diesem Elend und sich immer dreckig und kaputt fühlen und so. Das will er nicht. Aber er kann es auch gerade nicht alleine steuern. Deswegen braucht er schon etwas mit Nachdruck. Und eine klar funktionierende, eine angesagte, dann klar funktionierende Sache. Auf die er sich verlassen kann. Ich bin dann ja auch da. Also, wenn er hier irgendwo in der Nähe von Berlin dann in eine Therapie kommt, werden wir ihn auf jeden Fall auch besuchen und auch so emotional einen Beistand leisten. So. Ich bin dann einfach nur... Ja, Tora einfach. Turbo. Der Typ von dem Mann. Oder du selbst. Also, er ist so wie... Ja. Weißt du? Ja. Wenn ich drüber nachdenke, kann ich schon wieder heulen. Der tut mir echt brutal leid, der Junge. Schon mal drüber nachgedacht, ein Live-Event aus der Versteigerung mit Eintritt und Livestreams zu machen. Da kann man auch über den Eintritt was an ihn geben, wenn man nichts... Wenn man nichts kauft. Was an ihn geben, gehen, wenn man nichts... Wenn man was kauft. Was kauft wahrscheinlich. Ja. Ja, ich glaube ich denke so schon ziemlich groß. Ich denke immer ein bisschen groß so und das ist schon groß. Aber ein Live-Event, das ist dann vorführen. Das ist so, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Würde ich nicht für mich wollen. Und das will ich auch nicht für ihn. So. So kommt Leute. Wir gucken uns noch die letzten viereinhalb Minuten an. Und dann ist auch schon wieder vorbei für heute. Wobei ich sagen muss, heute bin ich ziemlich froh, wenn es vorbei ist. Ich bin echt müde und ich habe scheiße Hunger. Und ich will sehen, wie die meine Küche versaut haben da hinten. Also kriege ich direkt heulen, wenn ich so einen Elend sehe. Das will ich auch bei meinen Kollegen, wollte ich das auch nicht sehen. Der würde mir auch total leid, wenn ich einen Kollegen hätte, der so aussieht. Ja, ich kann schon nachvollziehen, warum die nicht mehr mit mir rumhängen wollten. Viel oder immer nur in Phasen, wo es dann wieder einigermaßen gerade ging. Wo ich dann drei, vier, fünf Wochen vielleicht nur so mit Eierdiebstähle da versorgt habe. Und natürlich ist dann nicht so ein Konsum. Wenn ich dann, was weiß ich, viel konsumiert habe. Vielleicht mal zwei Gramm am Tag oder so. Vielleicht auch mal zwei, drei Tage nichts. Und dann wieder nur ein bisschen hier mitgeschnappt und da zusammengelegt. Und ein bisschen Scheiße geklaut hier und da verkauft. Ein paar Anzüge geklaut und so. Und mich haben wir jetzt auf den Akkauer fahren. Auch nochmal erwischt bei so einer Eierdiebstahl-Scheiße. Immer wieder. Weil das hört ja auch nicht auf. Große Dinger sind nicht durchgehend. Also nicht durchgehend haben die mich so lange versorgt, dass ich da jetzt irgendwie hätte Monate von zählen können. Schon gar nicht mit dem Konsum. Und vor allem, ich habe dann auch im Grunde hirnrissige Geschäfte gemacht. Also voll unter Wert verkauft, weil er mir echt gutes Koks hingehalten hat. Ich meine, die sind ja auch nicht blöd, die Dealer, ne? Man lässt sich auch mal abspeisen. Weil es schnell ging. Und alles erfüllt. Mein ganzer Wunsch erfüllt. Direkt mit der Tüte. Und dieses viele Geld und so was dann draufgegangen, jetzt bin ich gar nicht traurig. Aber irgendwie, es war eine ganz leere Phase in meinem Leben. Selbst meine Jungs irgendwie haben sich irgendwie weggedreht. Das war so ein Punkt, wo ich habe geflucht auf die Jungs. Ach, dann leck mich doch am Arsch und so. Aber das hat mir im Grunde, bin ich der Meinung, doch damals auch schon ganz schön wehgetan. Dieses Bewusstsein, dass das so ist. Dass die sich wegdrehen. Und das war schon eine harte Nummer, weil die eigentlich immer da waren. Und gleichzeitig wusste ich, dass ich auch dadurch, was ich mache, wie ich ballere und wie ich abgehe mit Koks, dass ich selber daran schuld bin und konnte es trotzdem nicht unterbrechen. Man, das geht nicht. Du kannst es nicht unterbrechen. Nicht, wenn du das so empfindest oder so. Ich weiß nicht, ob ich da so eine große Ausnahme bin. Es gibt bestimmt einige Leute noch mehr, die so Koks geballert haben oder harte Drogen in dem Ausmaß genommen haben wie ich. Du kannst das nicht unterbrechen. Die Leute wissen, dass sie sterben. Das ist aber egal. Bis dahin vegetiert man vor sich hin und wird nur schnell, wenn es um die Droge geht. Ansonsten ist alles andere. Interessiert mich. Das ist schon ein hartes Ding. Ich kann sowas auch schwer akzeptieren, weil eigentlich halte ich mich, so lächerlich das jetzt vielleicht auch klingt, relativ stark dafür, dass ich so süchtig bin, wie ich süchtig bin. Ich meine, die letzten Jahre funktioniert es ja auch ziemlich gut. Ich kann nicht verstehen, dass ich damals so schwach war, das nicht wenigstens aufs Rauchen wieder zu reduzieren, das Ballern wieder aufs Rauchen zu reduzieren, aufs Basin, das war ja schon schlimm genug. Aber das hat mir nicht gelangt. Das war ja ein Pille Palle. Das war für die Kinder, so ungefähr. Das ist ein Verhältnis. Ein Koksballern ist für die Großen. Also ich weiß nicht, was mich geritten hat damals. Das Einzige, was ich mir heute erklären kann, ist, dass das wirklich alles abgetötet hat. Jedes Gefühl, jede Emotion. Es gab nichts, was mich belastet hat, wenn ein Koks in meinem Schädel gewirkt hat. Das hat es geschafft. Vermutlich ist auch genau das der Punkt, warum ich da so drauf abgefahren bin. Oder warum ich das so gefangen genommen habe. Äh, Kokain. Ganz, ganz miese Nummer. Ja. 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 Ja.